Die Tür ist zu. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Scheiße. Ihr macht Musik nicht für euch, sondern für den Hype. Robisch, du hast die Ziele verträumt, löscht dir nicht ein Penner. Ich hab keine Ahnung, was auf mich zukommt. Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu diesem Gaming-Video hier auf meinem Gaming-Kanal. Ich spiele heute ein Horrorspiel, was mir der Chat auch empfohlen hat. Das Spiel heißt Iblis. Im Chat waren gespaltene Meinungen. Es soll extrem gruselig sein. Es ist ein türkisches Spiel, wo es auch um Geister gehen soll. Ich habe mir kein Gameplay reingezogen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Keine Ahnung, Digga. Ich mach mein Headset ein bisschen neiser, Digga. Ihr habt mir schon ein bisschen Angst gemacht, indem ihr schreibt, das Spiel ist krass. Digga, da kommen Logos. Ich krieg grad Gänsehaut. Alter, hört auf, Alter. Ich krieg grad Gänsehaut, Digga. Was ist da? Was hab ich mir da gekauft? Was hab ich da gekauft? Was tu ich mir da an? Och, Digga, hör auf, Alter. Oh mein Gott. Brrrr, oh, Digga. Wenn ich diese Gesichter sehe, Digga, ich werde verfolgt gerade. Hör auf, Digga, Mann. Mach jetzt nicht diese Faxen und schreib hinter dir. Hör auf jetzt. Das ist nur ein Spiel, Azad. Okay. Das Intro gerade. Oh, Digga, hör auf, Alter. Ach, Digga, hör auf, Alter. Ach, nö. The village is very religious as there are too many paranormal events in the village. Oh, ist das doch noch ein Spiel? Ist doch noch ein Spiel nach der wahren Begebenheit, oder was? Pressure, unfortunately, the bridge dies in the traffic. Ach, Digga. Die wollten abhauen und... Digga, ist das alles nach wahrer Begebenheit, oder was? The groom's family does not feel sorry for the death because they do not love the bridge. But there is a problem. They do not know. Ach, hör auf, Alter. Ach, komm, hör auf. Ist das Spiel nach wahrer Begebenheit? Ah, hör auf, Digga. Ich krieg Gänsehaut. The spirit of the bridge haunts the house in a bad way and she disturbs the household as much as possible. Ah, ah, hu, 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 hu. Iiiihihi. Lieber Gott, steh mir bei. Lieber Gott, steh mir bei. Lieber Gott, steh mir bei. Bitte gib mir die Kraft. Digga, hör auf, Alter. Ich krieg Gänsehaut. And you are the Claryman. Ach, Digga. Digga, warum ist da eine Sense? Oh, Digga, was tu ich mir da an? Oh, oh. Ganz ruhig, Alter. Das ist nur ein Spiel, Digga. Das ist nicht die Realität. Das ist nur ein Spiel. Nicht die Realität. Das ist nur ein Spiel, Digga. Bismillahirrahmanirrahim. Digga. Melikinnas. Ilahinnas. Min Shaddil Waswasil Khandas. Das ist gerade schön. Das ist gerade schön. Es beruhigt mich gerade. Es beruhigt mich gerade. Das heißt, ich bin der Priester, der sich auf die Reise begebt. Kann einer eben ganz kurz übersetzen? Oh mein Gott. Ach, Digga. Das geht auch. Warum habe ich ein Astro-Headset? Digga, ich höre den Atmen. Oh mein Gott. Was tue ich mir da an? Alter Schwede. Digga, ich bin der Priester auch noch. Und wisst du, was das Problem ist? Ich habe vor ein paar Tagen noch Horrorfilme geguckt. Ich habe noch... Wie hieß dieser Film? Dieser eine Film, den mir Meli empfohlen hat. Da ging es auch um Geister. Und genau auch sowas mit Dörfern. Ich bin einfach Hodja, Digga. Kann einer mir verraten, was diese arabischen Schriftzeichen hier heißen? Mach mal Tür auf. Wir haben hier den Koran. Arabische Schriftzeichen. In den Namen der Geisterten bringen wird herausgegen. Ich bin der Geistert gekommen. Ich bin der Geistert gekommen. Mit dem stecken. Alles, was das alles, was das alles mit dir vergratet? Halt mal deine Fresse! Digga, das gibt mir gerade die Vibes wie in Silent Hills PT, Digga. Guck mal hier, das hat mich aber auch geil umgesetzt, ne? Die Familie. Eigentlich eine sehr schöne... Digga, ist das nicht... Ist das nicht Schabern, Digga? Da oben? Ist das nicht Schabern? Die sieht aus wie Schabern. Oh, Digga, guck dir mal, guck dir mal an, wie die Grafik aussieht. Halt die Schnauze, hör auf damit. Oh, mich sehr heilt voller Blut. Oh, mein Tür zu. Digga, wer hat hier Durchfall gehabt? Digga, die Türken sind schlimm, was das betrifft, in Horrorspiele und Horrorfilms. Die sind schlimm, Digga. Katastrophe, wie die sind. Schlimm, Digga. Ich geh nicht runter. Ich geh nicht runter. Mach das Licht an. Ja, guck mal, und dann... Schlafzimmer, oder was? Oh, gib mir die Waffe. Gib sie mir. Nein. Oh, Digga, guck dir mal an. Auch diese Quali, ne? Boah. Ich glaub, das ist mein verschollener Onkel gewesen, Digga. Aus Dorf. Hab ich keine Waffe oder so, Digga? Was ist überhaupt der Sinn des Spiels? Das ist gerade, was ich für mich... Ich geh nicht runter, Digga. Ich will nicht runter. Sagen wir mal so, ich muss runter. Aber ich will nicht runter. Was ist der Sinn des Spiels? Was muss ich machen? Muss ich sterben am Ende? Muss ich mich erschrecken, oder... Ne, einfach nur kurz segnen. Lieber Gott, bitte steh mir bei. Lieber Gott, bitte steh mir bei. Bitte gib mir die Kraft für dieses Spiel. Bitte, 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 bitte. Oh. Wo ist die Musik hin? Find the key. Ach, Digga. Mach... Hau doch einfach... Ich muss mein Headset leiser machen. Ich nehm mein Headset nicht. Ich spiel ohne Headset. Ich spiel ohne Headset. Ich mach ganz leise, Digga. Ist mir egal. Ich mach ganz leise, Digga. Ich muss den Schlüssel finden. Ah, Digga. Meine Mutter hat genau solche Gardinen. Mama hat genau solche Gardinen. Find the key. Weißt du auf Türkisch? Anatari Bull. Anatari Bull. Lan senivrium. Lan anis... Digga, was tu ich mir da wieder an, Alter? Boah, das ist aber ein schön... Ist das das Dorf? Das ist echt schon ein schönes Dorf, ne? Was... Digga, was sind das für Bilder, ne? Oh. Am liebsten muss ich da jetzt reingehen, oder was? Hab ich oben vielleicht nicht richtig geguckt? Ich mach's jetzt gerade nur, weil ich grad Schiss hab, Digga. Ich hab so Schiss gerade. Hör auf, ich will nicht runter. Hör auf, Digga. Ich will nicht runter. Digga, ich will da nicht durch. Hör auf, Alter. Oh, was so süßes Baby. Maschallah. Wer raucht die Kippen im Haus? Wer raucht die Zigaretten in der Hütte? Na, bist du geistig verwirrt? Mama, tut mir leid für alles. Die Hefte unter meinem Bett, die gehören nicht mir. Bitte, tut mir leid. Tut mir... Ich will da nicht durch. Ich will da nicht durch. Ich will da nicht durch. Ich geh da nicht durch. Ich geh da nicht durch. Geh selber da durch. Ich geh da nicht durch. Ihr hättet vorher... Ihr hättet vorher auch die Küche sauber machen können. Was bringt mir das, wenn ich Augen zumache, wenn ich das höre? Aber die Quali ist richtig fett, ne? Ich hab immerhin... Ach, Digga, hier ist doch nichts. Ey, sag das nicht zu laut. Oh mein Gott. Was ist das? Hä? Ey, ich muss den Schlüssel finden. Wo hat dir jemand seinen Haustürschlüssel liegen gelassen? Kriegst du die auch zu? Okay, die krieg ich nicht zu. Also ich krieg hier irgendwie nix auf, Digga. Digga, warum kommt jedes Mal diese Musik? Also ich kann die Schränke nicht aufmachen. Digga, dieses Bild, ne? Ich will's nicht angucken. Find the key. Ja, ich such doch schon einen Schlüssel. Nach diesem Spiel musst du am Ende noch meine Seele finden. Sei ich auf Toilette, Digga? Guck mal hier, das ist... Ich weiß, vielleicht hat jemand... Okay, ich war auch noch hier links in dem Raum, ne? Einfach ein Neigzeichen. Nee, ich war nicht. Einfach Mekka. Boah, Digga, diese verdammte Lampe, ne? Diese verdammte Lampe, Digga. Ich dachte, das wäre ein Neigzeichen. Das ist einfach ein arabisches... Ein arabischer Buchstabe, Digga. Was ist das hier? Das ist auch irgendwas Arabisches? Ich weiß es nicht. Da muss irgendwas hier sein. Ich konnte hier gerade ein paar Schränke öffnen. Warte mal. Break this spell. Find the key to exit to escape the house. Warum liegt einfach der Schlüssel nicht da? Neben der Tür. So ist doch menschlich. Der Schlüssel neben der Tür. Hier, mein Bruder. Ich habe den Schlüssel dahin gelegt. So einfach. Warum müsst ihr das immer kompliziert machen? Da kann ich nicht durch. Da ist doch ein... Da ist doch ein... Ein... Ein Stuhl, Digga. Mach mal hier Kühlschrank auf. Habt ihr Sucuk? Hör auf mit dieser verkackten Musik, Alter. Guck mal, das ist allein schon nur gruselig, wenn du dir das anguckst, ne? Digga, wer malt sowas? Wer malt sowas und hängt sich das in seinem eigenen Haus an seine Wände? Du bist geistig verwirrt. Du bist verwirrt. Allah Akbar. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Wallah war nicht so gemein. Ich nehme es zurück. Oh mein Gott. Ich nehme es zurück. War nicht so gemein. Das Bild ist richtig hübsch. Wer gezeichnet hat... Ich küsse dein Auge. Du hast das unglaublich schön gemacht. Ich will mir das Bild nicht angucken. Auf gar keinen Fall. Ich schaue mir das Bild nicht an. Kommt jemand hoch. Kommt jemand hoch. Da ist jemand hochgekommen. Wer ist denn gerade hochgekommen? Habe ich Taktor auf dem Tü oder was? Warum geht die Lampe nicht mehr an? Warum geht die Lampe nicht mehr an? Ich will da nicht hin. Ich will da nicht mehr an. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Ich bin schwer bewaffnet Und ich habe keine Scheu, diese Waffe einzusetzen Wer ist hier gerade reingekommen, Digga? Hier ist gerade jemand reingekommen Digga, was ist das für ein Game? Was ist das für ein Game? Warte mal, ich gehe hier hin Hier fühle ich mich sicher Hier fühle ich mich sicher Guck mal, guck mal, was eine Psychologie Du gehst hier in diesen Raum Ja, wo der Koran auch ist Und du fühlst dich sicher, Digga Ich fühle mich gerade hier sicher Ich fühle mich hier sicher Komm, Beruereck Nein, Spaß Bleib mal da hinten, ungebetener Gast Ich sehe das Bild auch nicht mehr Das heißt, diese zwei Geister Dieses eine Bild da unten Und das Bild da oben Das sind die Das sind die Die gerade hier Versuchen Warum ist die Tür auf? Wer hat die Tür aufgemacht? Ich küss dein Herz Ich küss dein Herz Du kommst, jagst meinen riesen Schrecken ein Und machst die Tür auf Sagst du dich mal Aleikum Salam Salam Was macht Denzel hier Mit Sniper Einer auf denen Ich bin der, oder was? Ich bin Denzel Was ist das Baby hier, Digga? Was ist das Baby hier? Alright, ich bin der Die Tür ist zu, ich hab keine Probleme. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Wer hat die Tür zugemacht? Die Tür ist zu. Wer hat die Tür zugemacht? Die Tür ist zu. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Scheiße, Dinger. Mach die Tür auf. Ich küss dein Herz. Ich küss dein Herz. Ich wollte nur, dass du die Tür aufmachst. Jalla, ab gehts, Badezimmer. Jalla, hoch mit dir. Hoch mit dem B. Jalla, Gebetsraum. Jalla, eine Runde ganz kurz. Eine Runde gib ihm. Eine Runde gib ihm. Die Tür. Boah, was... Was ist das für ein Scheiß? Ey! Ey, was passiert? Was passiert? Ey, was passiert? Was ist das? Oh! Kuss? Was? WTF? Warte mal. Safe links ist die Tür auf. Safe ist die Tür auf. Safe ist links die Tür auf. Wer trägt hier Gondere ist, Alter? Was ist das für Jesuslatschen? Wo ist meine... Wo ist meine... Habe ich keine Taschen... Habe ich keine Taschenlampe, Olum? Habe ich keine Taschenlampe? Ach, komm, Alter. Ach, komm, Alter. Ach, komm, Alter. Ist... Wo habe ich die denn her? Wo habe ich die Taschenlampe her? Wo habe ich die denn her, Digga? Guck mal. Das Zeichen heißt nichts Gutes. Das ist nicht... Das bedeutet nicht, dass man dich vor bösen Augen beschützen soll. Das... Das heißt es nicht. Er... Ganz im Gegenteil. Weißt du was? Ich werde mich ja eh bewegen. Ich spiele gar nicht mehr mit Stuhl, Digga. Oh mein Gott, Alter. Was tue ich mir da an? Was tue ich mir da an? Oh, das schöne Porzellan von Oma. Wer hat die... Wer hat Strom nicht bezahlt? Dass die Lampen ausgehen? Und warum ist... Warum liegt da eine Sense? Und warum liegt der Strom? Wo ist das Baby? Der Insel ist immer noch hier. Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Ist schon spät. Schlafen gegangen. Mit meiner Psyche wollte ich spielen. Mehr wollt ihr nicht. Ich muss keinen Schlüssel finden. Ihr wollt mich auseinander nehmen. Wollt ihr mich? Komm, Nuketown. Oh mein Gott. Was ist denn los hier? Ihr wollt mich auseinander nehmen. Das wollt ihr mit mir machen. Digga, hör auf, Alter. Hör auf, Alter. Soll ich mal ein Bild beleidigen? Digga, was machst du? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Hör auf, Digga. Zieh dir mal was an, du Eschek. Sitzt da und chillt sein Leben. Werd man, du Hund. Ah, Digga, das Bild ist auf Kopf. Warum ist das Bild auf Kopf? Das Bild ist einfach auf Kopf, Digga. Was ist gerade passiert? Irgendeine Tür hat sich geöffnet. Irgendeine Tür hat sich geöffnet. Irgendeine Tür hat sich geöffnet. Dieses Baby, ne? Mit einer Axt. Oh, Digga. Du willst mich richtig an die Kehle, ne? Mit deiner Axt, ne? Du bist doch in deinen Pampers. Was hast du denn vor, ne? In deinen Pampers bist du, du Hosenscheißer. In deinen Pampers bist du. Lass dich mal Bartwuchs. Oh. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Was ist Gott? Tut mir orbit, ich habe zuerst etwas Geld mit draufs. Gäber, Gäbert, ich habe einen Elten, nicht Motoroh Bach. Gäber, Gäber. Wie readies sich das? Wer bin Nied Hastie heute vain, sehr WillVER ihm an er初. Er weiß, was zwischen ihnen und was hinter ihnen und was hinter ihnen, und nicht nur etwas von ihnen von ihnen, was er will. Na, Schnucki? Geh einfach rein, Digga. Ich geh einfach rein. Ich geh einfach rein. Boah, Digga. Was ist das für ein Spiel, Digga. Alter Schwede. Hä? Ihr tut jetzt so. Ihr müsst schlafen. Ich muss auch schlafen und ich spiele das Spiel. Was wollt ihr von mir, Alter? Das Bild ist weg. Das war die auf dem Bild. Ey, wie lange soll ich das noch spielen? Ich kack mir gleich in die Hosen. Wie lange soll ich das spielen, Digga? Digga, dieses Horrorspiel, das ist mit Abstand. Okay, es ist nicht krasser wie Silent Hill P.T. Es ist nicht stärker wie Silent Hill P.T. Aber es ist verdammt gut. Es ist verdammt gut. Das ist nicht das krasseste Horrorspiel der Welt. Nein, nein. Ich fäng Silent Hill P.T. Ihr habt keine Ahnung. Wir haben nicht einmal zusammen Silent Hill P.T. gespielt. Leider wird dieses Spiel niemals erscheinen. Weil die hatten Beef. Aber Silent Hill P.T. war das krasseste Horrorspiel, was ich in meinem Leben gespielt habe. Das ist, das ist, das ist sehr, sehr gut. Das kommt fast daran. Ich geh mal ins Badezimmer, weil ich lang nicht mehr. Oh, diese Uhrzeit. 12 Uhr morgens, Digga. Wer macht die Telefonstreiche? Dieses Bild ist einfach echt geworden. Das Baby ist weg. Ja, The Ring of Witch bestellt. Verpisch mal da. Was ist dein Problem? Ich will ARD gucken. Oder das Erste. Oder Dokus. Mach dich mal weg. Mach dich mal weg. Am besten wirst du da jetzt stehen. Komm. Stell dich da hin. Ah, nicht Skib. Stell dich da hin. Geh da hin jetzt. Was willst du von mir? Was willst du von meinen Eiern? Mashallah. Einfach die Hübschen. Das Spiel kostet 5 Euro, Digga. Hä? Wie kann das angeschossen sein? Macht keinen Sinn. David, heiß. David, heiß. So, Schnecke. Krieg deine Handynummer. Ach, warte mal. Was ist auf dem Sofa da hinten? Ach, scheiße, Digga. Digga, lass einfach hier beim... Das hier. Das hier. Ich geh nochmal raus. Ich geh nochmal rein. Ich werd gleich sauer. Komm, spiel ein bisschen mit meiner Psyche. Du willst mit meiner Psyche spielen. Das ist das Einzige, was das Spiel vorhat. Ah, Digga, da legt die ganze... Da legt die ganze Zeit einen Schlüssel. Oh mein Gott. Es geht weiter. Muss man jetzt wieder leiser machen? Es geht wahrscheinlich in den Keller, ne? Ach, komm, hör auf, Alter. Ich guck gar nicht. Ich guck OBS rein. Ich guck, ich guck. Ja, komm. Heb mal auf, Land. Ich will da nicht hingucken. Hör auf. Was liegt hier? Digga, was ist das für ein Gang, Alter? Oh mein Gott. Was ist das denn? Wo ist eigentlich dieses Baby? Ist ne gute Frage. Das ist einfach ein Grab. Er hat einfach ne Leiche im Keller. Wie kannst du ne Leiche bei dir im Keller vergraben? Bist du verwirrt? Ich dachte, das ist ne Pompgang. Kann ich wieder hochgehen, übrigens? Geht das? Digga, die Tür ist zu, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, mit Grab im Keller ist nicht lecker. Wer bist du? Geh. Komm doch. Komm. Ich geb dir ein Ding, geb ich dir. Ich geb dir ein Ding, geb ich dir. Und das Baby auch noch. Ey, ihr nehmt mich auseinander, nehmt ihr mich. Ich will das nicht. Ja. Was? Find five dolls? Hört ihr das? Guck mal, wir können keinen Strom kacken. Mach mal aus. Ein Babykopf haben wir. Zwei haben wir. Komm, erschreck mich. Erschreck mich. Ich weiß ganz genau, dass mich jetzt jemand erschreckt. Komm. Nimm meine Psyche auseinander. Komm. Nimm meine Psyche auseinander. Nimm sie auseinander. Mach mit der, was du willst. Aber übertreib nicht. Badezimmer save eine. Oder? Nicht? Doch. Drei. Digga, wenn einer noch im Gebetsraum ist. Naja, der ist wirklich einer im Gebetsraum. Du kannst doch keinem erzählen, ne? Warum spiele ich eigentlich das Spiel noch weiter? Ich verstehe das nicht. Dankeschön, Bertalan, für dein Community-Gift an Prinz Markus. Ich küsch's dein Herz, Bruder. Der letzte wahrscheinlich hier, ne? Komm schon. Der letzte wahrscheinlich hier. Wo ist der letzte? Digga, wo ist der letzte Babykopf? Puppe. Was auch immer, Digga. Hier. Nimm. Es geht mir in den Schlüssel. Bismillah. 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 Hey! Digga, ich dachte, links von mir klopft einer an meiner Tür, Digga. Warum liegt der Schlüssel da? Warum lag der Schlüssel da? Komm, erschreck mich noch. Bevor ich geh. Jawohl. Hab ich's geschafft. Hab ich's geschafft. Oh, mein Gott. Alter Schwede. Was war das für ein Game, Digga. Was war das für ein Spiel, alter Schwede, Mann. Also, das war schon verdammt gut, so ist es nicht. Ich hab mich schon ein paar Mal erschrecken müssen. Sehr geil gemacht, Digga. was war das für ein Video. Also, ja, hier hatte ich hier vier. Bis zum ihrenspeed. Florian. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Los, seit. bei mir.